Sie ist bereit und startklar. Cass, bitte komm. Ich weiß, warum diese Kreatur uns angreift. Bivo steht ganz oben auf ihrem Speiseplan. Tja, jetzt wird's kompliziert. Was machen wir? Ich sage dir, was wir nicht machen. Nikos Freund einfach so ausliefern. Hoch mit dir! Oh, okay. Das Ding ist riesig. Das eins an unbefugtes Schiff! Raus aus diesem Luftraum! Sofort! Ist nicht drin, Hype. Ihr braucht jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Nico! Du wirst dich wohl von Bivo trennen müssen. Nein! Nein, Bivo ist keine Nahrung. Was sollen wir denn sonst machen? Wir würden die ganze Plattform riskieren. Schaff das Ding runter von der Plattform! Es wird uns alle vernichten. Na, wird's bald Nico tun es! Nein! Das werde ich nicht! Ich gebe ihn nicht her! Unsere Kanonen kratzen das Biest nicht mal an! Dose an Geschwader. Sie haben Raketenfreigabe im Plattformbereich. Jetzt geht's rund! Ihr habt den Mann gehört! Feuer frei! Immerhin hat es das gespürt. Ich starte noch einen Angriff aus kurzer Distanz. Nur die Ruhe, Griff! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Ich helfe dir! Untertitelung des ZDF, 2020